Du bist also da, XTF. Ich habe einen Auftrag für dich. Was denn für einer? Du musst das Spiel New Super Mario Brothers für die Nintendo Wii von J.P. Stibitzen, wenn du weißt, was ich meine. Hast du das Spiel? Ja. Hast du das Geld? Hier. Ui, schnapp ihn dir. Wird gemacht. Bleib stehen, du Drecksack. Niemals! Du miese St... Ah, du Drecksack. Die Schuhe haben 5 Euro gekostet. Nimm das! Ah, nimm das! Hast du das Spiel? Hier ist das Spiel. Gut. Gut, hast du aber da auch das Geld? Ja, natürlich. Ja, Zeit! Mal wieder ein neues Wii Spiel, nämlich New Super Mario Bros. Danke, XTF, dass du den Auftrag erfüllt hast. Ich walte dabei wieder meines Autos. whoah, 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 whoah! Wie war das? ись visto. Mist, verschlossen. Ah, da, ein Fingerscanner. Zutritt verweigert. Mist, was mache ich denn jetzt? Zutritt gestartet. Tendenziell empfinde ich Überraschung. Ah, die scheiß Sprecher. Der Dreckssack, den werde ich zeigen. Ah, da ist der ja. Hilfe, das ist ein Fingerscanner. Oh, ein Opfer. Schnapp ich ihn mir. Mal sehen. Immer noch für Sigma. Oh, Mann. Facebook. Facebook. Fries. Da ist er. Alter, mach! Oh nein, ammer Flörbief! Ende! Facebook!